Ich glaub außen, rechts, oder? Einer gerade, ooooh! Schon wieder? Mirko's angepasst und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der letzten Folge für heute auf jeden, zumindest in seinen Verbänden. Was hat für mich? Let's go Wingman mit Mirko Despairchia und wir spielen gegen andere zwei deutsche Remades. Das heißt, gegen. Einer ist außerhalb. Beide, glaube ich. Einer links, links! Ja, komm, ich schieße ihn. Andi, ich triff wieder nur eine Kugel. Mi, mi, mi. Heulen halt rum. Programmierfehler, alter. Ja, aber das war, was er ja schon längst tut. Hä? Let's go, let's go! Nee, 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 nee. Ich hab den ersten geholt. Nee, nee, nee. Ich hab den zweiten geholt. Und den zweiten habe ich dann eigentlich zwei Hits gesetzt. Aber der ist Programmierfehler, das Spiel sagt mal wieder nö. 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 Jetzt freu. Gleich von hinten tot. Ja. Und zwar nicht. Nicht öfter. Komm von uns aufs Bonus vermutlich. Nein, 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 nein. Onsport, links. Hab ich. Nice. Ich hab jetzt voll die bequeme Sitzposition. Vielleicht will ich mal kommen. Ob sie jetzt... Was hast du denn für eine Sitzposition eingenommen? Äh, mein Bein ist fast auf dem Tisch. Er ist auch bequem. Grüß dich, geh raus. Einer ist außen. Und einer ist hinten links. Nein! Er ist runter gesprungen. Ey, fah. Pass auf nicht, dass er von rechts da hoch kommt. Genau da. Weil der ist gerade ihm runter gesprungen. Mhm. Wo ist denn der jetzt schon wieder so schnell hoch? Als dann echt die Ramp hochgelaufen ist und dann wieder da hoch zu gehen. Alter, wie... Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, ne, ich wollte das nicht mehr gucken. Wir machen das. Nicht in der Bombe mit. Weil es eh egal ist. Das ist richtig. Wir flashen es. Okay. Da wir flashen es besser als gar keine Flaschen. Rechts. Anna? Nice. Du hast ihn geschah mit deinem Blenden. Ey, er blendt immer. Nice. Ey, wie ging das nochmal? Ey. Nein, hinter mir, hinter mir. Ach, Mann, Ette. Wo denn links? Ich weiß es nicht. Irgendwie vorne hinten. Okay, also da. Weiß ich nicht. Warte. Ah, okay. Ach, Mann, 65. Ette, Ette ist einfach das beste Spiel der Welt. Ja, wenn ich salzig, dann kriegt es nichts. Ich bin doch sowieso schon salzig auf das Game. Ja, ist doch so. Ja, ich meck das. Ja, jetzt wär du nicht salzig. Ja, wenn du mit salzig angriffst, greifen wir mit salzig zurück. Warum machen Schnecken das dann nicht? Meine Nächste juckt. Okay. Deine Morderva Motorrad. Hat meine SG. Ja, ein bisschen muss schon sein, ne? Ich kann es jetzt ja nicht einfach auf mich sitzen lassen. Das geht ja nicht. Nein, das ist okay. Das ist okay. Ja, ja, das ist ja. Einer wieder aus? Habe ich. Und der andere aus außen. Kann es bleiben. Der kommt von mir aus. Kommt links. Hinten. Also links. Ja, genau. Nee, er ist bei mir. Jetzt kommt er wieder hinten. Nee, links. Bei mir jetzt. Ich bin schon wieder bei 7400, Alter. Ich bin schon wieder bei 7400, Alter. Ich bin schon wieder bei 7400, Alter. Holger, ich bin schon wieder bei 8400, Alter. Und das ist gar nicht. Ich bin schon wieder bei 8400, Alter. Ich bin schon wieder mit 8400, Alter. Ich bin ja schon wieder auf der Seite. Das ist natürlich nicht mehr auf der Seite. Gerade die Seite ist zu ihr. Und das ist erst so groß zu sein. aber noch mal nicht ja ja bisschen geht das für das Ah, keines will überall kommen. Sonst täuscht man an. Wo ist der durch? Mama, 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 Hilfe. Okay, jetzt muss ich ihn machen. 8 Sekunden. Oder? Ja, vielleicht geht nicht mehr. Schade. Schade. Ich hab die Fukuladi. Ach man. Vorsicht, Flash. Ich will voll, du bist gemischt. Ich glaube rechts oben. Außer den Gang. Oh, nein. Ich will den ablenken, weißt du, weil du ihn jetzt hast. Nice. Wieder 4-4. Oh scheiße. Oh man, 4-4 ist scheiße. Das ist richtig Bullshit. Ich bleib bei der P2000 Mausen. OSP, Mama. Die gehen, glaube ich, beide und über die Leiter. Boom, Junge! Das war ne, das war ne, das war ne geile Headshot. Also, alle war Spot. Hat er noch nicht Bomben. Da! Hinten rechts! Hinten rechts! Kommt was! Mami war das close, Hilfe und Hilfe. Das ist noch 89? Echt? Oh! Fah! Pssst! Okay! Pssst! Man muss immer ein bisschen übertreiben dann. Ja, ja. Geht das? Dann kriegst du ein bisschen mehr aufmerksamkeit und solche noch. Da unten Rampe, unten Rampe. Beide? Ne, eine habe ich schon down. Der eine ist schon down. Ich glaube der steppt unter dir. Ja, ja. Nicer, nicer. Meinst du? Meinst du? Meinst du? Meinst du? Ah, deine sogar. Willst du es wieder? Ne, alles gut. Okay. Oder soll ich dir eine kaufen? Ne, alles gut, ich habe schon gekauft. Oh Mann, oh. Dann hast du einen mit das Ding gehabt. Ja. Das wäre richtig gewesen. Aber egal. Er plantet. Naja. Ja. Den habe ich gedrückt. Den habe ich gedrückt. Oh, wie süß. So sieht es aus. Ja. Okay. Okay. Einer unten. Unten hat mich. Okay. Matt Egan hat mich hier irgendwo. Boom. Oh nice. Der war da oben noch. Ja. Ich habe den netten. Ah no. Deswegen habe ich mich gewundert, dass du unten gesagt hast. Weil ich habe... Ja, logischerweise. Weil da war einer. Aber ich dachte, okay. Okay. Er hat mich aber Ape gekauft. Alles drin, außer los. Ach komm, dann kommt die mal. Nein, der steht unten bei sich auf den Stairs habe ich. Da ist doch die Bombe gewesen. Keine Ahnung, wo der andere ist. Ich auch nicht. Hab ihn gesehen. Ist Treppe. Okay. Lego. Wer braucht schon einen Kopf, wenn er eine Kiste hat. Oh. Oh man. Da ist der Wind. Da ist er. Oh, ich mal wieder. Verdammt. Verdammt. Du kriegst doch direkt eine Kiste. Komm mal. Was kann das Leute? Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das ist dein Mann. Mini Case Opening. Jetzt geht's weiter. Als wenn du jetzt... Ja, ja. Komm. Dass die dabei kommen. Gib mir dann wenigstens den Revolver. Oh komm. Du scheiß Beißen. Oh. Die sieht aber doch kacke aus. Verlassen. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau. Ich hab ein Spiel bei Halloween gesehen und kannst mich kaufen. Weil ich kein Geld hab. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstig Spiele kaufen kann. Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Sag dir bitte. Was ist Instant Gaming? Da ist All In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst. Es ist nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja. Drei Prozent vom Kauf gehen an All In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All In? Ja. Boah. Und ich zahl nicht mehr? Nein. Play smart, pay less, Junge. Boah. Das ist echt cool. Vielen Dank. Kein Problem. Klick jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und los geht's. Geil. Das ist so cool. 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 Das ist hier. Das ist so cool. Philippe